Hallo liebe Engel und liebe Wäsche-Liebhaber. Wie versprochen wollte ich jetzt Schulsachen waschen und einfach wunderbare Mischung erschaffen für meine Kinderschulsachen. Und ich habe von einer YouTuberin Waschliebe gesehen in ihrem Video. Wenn du noch nicht ihr Video gesehen, bitte guck bei ihr. Waschliebe heißt sie und abonnieren wenn dir gefällt und sie hat immer auch super Produkte und super Mischung geschaffen und habe ich auch immer wieder probiert. Ich bin sehr sehr zufrieden. Sie hat die Wäsche Parfum von Lenore aktiv, aber das habe ich noch nicht von Konsti bekommen. Er wollte mir schicken, aber er ist ja in Urlaub. Schönes Urlaub Konsti und bleibt gesund und sauber von Corona. Deswegen die Lenore aktiv ist blau, habe ich einfach von Lenore die Ikonische April Frisch. Ich würde sagen, es geht auch, weil es blau ist. Also Lenore Wäsche Parfum Aktiv ist auch blau. Dann habe ich gedacht, okay, ich nehme einfach die Ikonische Lenore April Frisch. Ich bin so verliebt mit denen, ich habe sogar zwei gekauft. Also eine ist fast leer und eine ist noch voll. Und das ist meine Kinderschulsachen. Ich tue da so viel rein, okay. Und ich tue die Schulsachen von meinen Kindern rein. Und ja, wenn du neu bist in meinem Kanal, willkommen in Germany Fae, Fae Germany Kanal. Und wenn dir gefällt sowas, dann bitte schreib mir unten. Und nicht vergessen, lass mich ein Abo oder ein Like. Und auch einen Kommentar. Einfach eine kommentieren unten, was dir gefällt, was willst du gerne sehen und weiter und so fort. Ich wische kurz einfach. Ich wische einfach kurz. Okay. Ich mache nochmal sauber, nachdem jedes Waschen, aber ich war heute beim Einkaufen und so. Und ja. So, die Wäsche Parfum habe ich da rein getan, okay. Und wenn du willst deine Kinderschulsachen waschen, also 40 Grad ist reich schon. Und wenn du willst desinfizieren, einfach extra, okay. Extra spülen. Dann weißt du, okay, ist länger gewaschen und ist sehr sauber. Und Waschliebe in ihrem Video hat gemischt. Active Wäsche Parfum mit Persil, natürlich unser Liebling. Schau das an, liebe Leute. Schau das Bonbon an. Ist das überhaupt Waschpulver oder ist das Bonbon? Ich weiß nicht. Also sie hat immer auch viel genommen. Okay. Nie sparsam. Sie ist auch wie ich. Sehr großzügig. Ich nehme ein bisschen noch. Ein bisschen noch, weil das ist ja mein Kinderschulsachen. Und ja. Wenn du willst eine sehr rein, also sehr rein und sehr saubere Wäsche, dann musst du einfach große Wäsche haben. Und weil ich benutze viel, äh, ich meine Persil, Mega Pearls, dann bin ich sicher, meine Kinder ihre Wäsche ist nicht nur sauber, sondern rein. Okay. Wenn du Deutsch bist, dann weißt du, was die Unterschiede ist. Tiefenrein Exzellenz. Also was willst du mehr, Leute? Was willst du mehr? Ja. Und lassen wir uns jetzt einfach Maschine laufen. Ich wollte euch auch zeigen, meine Tochter, ihre Liebling. Das ist Fernell. Okay. Fernell Fresh Control. Die frische Erlebnis. Floral Crisp Fresh Control. Und die andere ist Aromatherapie Bezaubernde Magnolie. Diese zwei ist ihre Liebling. Und ich wollte dann, ähm, mischen mit Waschliebe. Ihre Lieblingsmischung. Persil Color Mega Pearls mit Lenor Blau. Also ich habe die aktiv nicht. Ich nehme das wegen April frisch. Wenn du willst probieren zu Hause, kannst du ja auch machen. Und wenn du diese zwei nicht hast, dann nimm einfach, egal welche pinke Weisspüle du hast daheim. Weil diese zwei ist meine Tochter's Liebling. Sie hat immer gesagt, oh Mami, meine Wäsche ist so duftet wie Parfum. Welchen Parfum hast du genommen? Obwohl, waren nur diese zwei. Also entweder das da habe ich genommen oder das da. Ja. Ich entscheide mich einfach spontan. Uh, schau dir Parfum an. Ich entscheide mich einfach spontan, welche nehme ich vor ihre Schulsachen. Und wenn du hast Angst wie ich, also Angst von Krankheiten und so, kannst du einfach viel Waschpulver reintun auf Lust und Laune. Okay, Leute. Meine Kinder sind nicht allergisch von Persil Color Mega Pearls. Tiefenrein Exzellenz. Ist einfach, wie geschrieben, ist einfach Exzellenz. Und pflegeleicht. Okay, 40 Grad reicht schon. Aber mit Extraspülen. Länger waschen und durchspülen die ganze Waschpulver. Ich habe gesehen, sie ist immer so großzügig. Dann tue ich ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr von unseren Magie Bonbon. Okay, von unseren Magie Bonbon. Und ich habe mich entschieden, ich nehme, oh mein Gott, bezaubernde Magnolie. Bezaubernde Magnolie, Leute, von Fernel. Wenn du hast das noch nie probiert. Es kostet nur 1,60 Euro. Okay, 1,60 Euro. Und hast du wirklich, wirklich eine Exzellenz. Also ein Exzellenzprodukt. Was willst du noch, Leute? Fernel, oh mein Gott, ich danke euch, Fernel. Ich danke euch, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit Fernel Weichspülen. Ist nicht so opulent, aber ist dezent, elegant. Und meine Tochter hat gesagt, es duftet wie Parfum. Sehr dezent und sehr schön. Also ich liebe am meisten von Fernel, ist die Aromatherapie. Aber meine Tochter liebt das Pinke, okay? Die Floral Gryphs. Probiert das. Und gemischt mit den ikonischen Leuten. Komm, benutzt eure Fantasie. Gemischt mit den ikonischen Aprilfries und Persil Color Megaproze. Oh mein Gott. Ich meine, du weißt ja, die Duft, die Duft von Persil Megaproze. Duft, oh mein Gott. Es duftet einfach göttlich. Es duftet einfach göttlich und rein. Meiner Meinung nach, wenn eine Reinheit, wenn Reinheit, Reinheit hat einen Duft, es duftet wirklich wie Persil. Egal welche. Die Persil Gel oder Persil Pulver, die Color Pulver oder die Megapurls. Ich weiß nicht, Persil. Ich weiß nicht, was du reingetan in eure Produkte. Aber Persil, ihr seid einfach mega cool. Ihr seid die Beste. Ich brauche nicht mehr so viel Quatschen wegen euch. Alle Leute in Deutschland kennen sich schön aus. Aber es ist einfach top. Diese Mischung. Meine Kinder lieben das. Und ich habe das erste Mal probiert, wegen Waschliebe, wie gesagt. Wenn du sie noch nicht kennst, bitte schau ihre YouTube auch. Sie ist sehr freundlich. Und ihre Mischung ist immer wunderbar gut. Ich habe auch einmal schon probiert, ihre Wäscheparfüm-Mischung mit Yanking. Also meine eigene Mischung von Vollwaschmitteln. Heißt Yanking. Aber ich habe probiert ihre Mischung, die Wäscheparfüm. Oh mein Gott. Ist einfach Bombe. Ist ultra schön. Und jetzt die zweite Mischung. Ich kann schon zufrieden sein. Jetzt kann ich schon sehr zufrieden sein. Weißt du, was ich meine? Ich meine, schau das wunderbare Schaum an von Persil Megapurls. Leute, tiefenrein Exzellenz. Da brauche ich keine Angst mehr von Corona und Pipapo. Weißt du, was ich meine? Und Parfum-Abi habe ich auch reichlich reingetan. Ich würde sagen, einfach. Einer der besten Produkte, was du überhaupt in deinem Haushalt haben kannst. Diese ganze Persil und Fernell und Lenore ist einfach unbeschreiblich. Meine Kinder sind immer glücklich. Und die gehen immer in die Schule mit wunderbares Geruch. Und nicht verpassen, okay? Nicht verpassen. Meine neueste Video, wie ich meine Tochter ihre Bettwäsche waschen, wie Prinzessin. Okay? Wenn du hast Tochter zu Hause oder wenn du hast eine Frau, eine Freundin und du willst sie verwöhnen, mit ihrer Bettwäsche zu machen oder einfach, wie wäscht du deine Freundin oder deine Tochter oder deine Frau's Bettwäsche, dass sie fühlt sich wie Prinzessin. Okay? Weil jedes Mal, wenn ich wasche ihre Bettwäsche und habe ich frisch bezogen, sie hat immer gesagt, oh Mami, das riecht wundervoll, das riecht wie Königin, wie Prinzessin und ist so weich und ist so kuschelig. Nicht verpassen. Okay, Leute? Und wenn solche Videos euch gefällt, wie gesagt, nicht vergessen, einen Daumen geben, einen Like geben, weiterempfehlen für eure Freundin, eure Freund, euer Mann, eure Busfahrer oder eure Pizzalieferanten, ist egal, weil wir wollen alle einfach Bescheid sagen, so riechst du zehn Stunden lang wunderschön. Auch wenn du in McDonald's arbeiten oder wenn du in Pizzaladen arbeiten oder wenn du Hermes-Packetlieferer bist, DPD oder DHL, Busfahrer, du willst auch immer zehn Stunden in Arbeit wunderschön riechen. Dann bitte weiter teilen, dass wir die richtigen Leute getroffen. Okay, Leute? Ich habe euch alle lieb und gute Nacht. Schlaf schön. Und ich hoffe, meine Videos bringt euch Gemütlichkeit und Beruhigendes und du kannst auch dann ruhig und schön schlafen. Einfach entspannen mit meinem Video. Ich habe euch alle lieb.